Und der 5-4 hat das nicht mal geschafft, weil der Panzer so broken ist. Ne, weil das Game einfach nicht in der Lage ist zu treffen. Deswegen haben wir es verloren. Deswegen habe ich hier nichts rausgeholt. Das ist ein Schwachsinn. Dass Panzer 5-4 mega lächerlich ist, darüber brauchen wir gar nicht reden. Oh, guck mal, Stockbiss. Hier war ganz viel lächerlicher Scheiß dabei. Das ist sehr, sehr bitter. Was macht der denn? Tut mir noch ein bisschen leid mit seinem Stockpanzer. Aber wir try. Geil, wir haben jetzt noch nicht viel verloren. Wie gesagt, ich hoffe auf Blindshots, die natürlich auch wieder sonst wohin geflogen sind und nicht da, wo ich sie wollte. Und der Biss quält sich hier echt ganz schön durch die Gegend, ey. Schieß doch einfach. Er hat Schere. Er hat Schere. Schieß doch in die Büsche. Wie gesagt, Win ist mir nicht wichtig, aber come on, Alter. Die Runde war wild. Da will ich mir aber auch ein Bein stellen gerade. Ah, ist okay. Ist okay. Ist okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Ne, war nichts. Ne, war nichts. Ne. 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 einen jackson getroffen hat kann sein all right hoch fand irgendwie ab hier ist an sich viel happy im game keine burrask oder so das schon mal gut ich fahre einen weiten weg aber ich will an sich in der scouting position dass ich vielleicht ein bisschen spot mitnehmen kann aber ich will erstmal einfach safe anfahren ohne irgendwie was zu riskieren ist auf jeden fall alles drin so so All right, we try to spot. Ich bin aufgegangen. Geht wer auf? Ich kann vorne an den Spot fahren. Team, bitte jetzt krach nicht einfach drüber. Team, bitte. Oh, Kumpel, was fährst du denn weg? Vor was denn? Ich kann nichts beschießen. Sorry. All right, I've tried to find someone. Guck mal da. Immer wieder ein Bilder-Try hier rüber. Okay.